Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, dem Spiel mit mehr Logiklöchern, Sinnlosigkeiten und weiß der Henker was alles. Analyze Clue. Ja, machen wir das mal. Ja, dafür hat man natürlich definitiv einen Indianersinn gebraucht, um in einer Kiste herauszufinden, was da drin war. Naja, kann der uns eigentlich folgen? Oder ist unser Vater zu blöd dafür? Hallo? Gehst du mal weiter? Äh. Ach. Sag mal, warum wird der denn jetzt einfach angegriffen? Was soll das denn? Und man merkt ja schon unglaublich, wie gut Hazen kämpfen kann. Und vor allem, warum habe ich eigentlich schon wieder die Waffe hier ausgewählt? Wenn doch inzwischen hinlänglich bekannt ist, dass die nicht funktioniert. Warum wählt er die eigentlich immer wieder aus? Der soll doch nicht diese Waffe ausgewählt haben. Warum wählt er diese Scheißpistole ständig aus? Die von Ezio hat wenigstens funktioniert. Die muss man nachladen. Ich will das Rope-Dart. Das funktioniert wenigstens. Achso, ich muss ja den Clou hier nochmal analysen. Boah, dieses Spiel viele... Ja... Ist gut. Ignoriert uns doch einfach. Ist besser für euch. Wie gesagt, ignoriere jetzt doch einfach. Hazen, könntest du auch mal angreifen? Hä? Hä? Was? Ja, jetzt bleiben die da stehen und suchen nicht nach ihrem... Warum? Warum? Also, mir wurde ja gesagt, dass... Das Spiel an der einen oder anderen Sache so ein bisschen krankt, aber... Ich sag einfach mal, die sind hier rein. Das wird Sinn geben. Also, hier sind auf jeden Fall Kisten, aber da sind sie dann nicht weiter. Hm. Na gut, die Patrouille stört uns jetzt erstmal nicht. Unser Vater kann zwar super klettern, macht's aber nicht, wenn er mit uns unterwegs ist. Gibt natürlich auch Sinn, klar. Und warum chillen die da jetzt so einfach so durch die Gegend? Ach... Jetzt geh ich ja schon wieder aus dem Gebiet raus. Hier soll irgendwo der nächste Clou sein. Ach da, direkt bei der Gruppe. Na super. Okay. Okay. Ja, ähm... Auf, Connor. Immer schön, äh... Das Rope-Dart verwenden, denn das funktioniert. Weil damit... Da rechnen die Großen nicht mit. Und dann kann man die einfach umbringen. Es ist die mächtigste Waffe im gesamten Spiel. Aber er verwendet sie nie. Die ist nicht standardmäßig ausgewählt. Habt ihr eben gesehen, wie schnell das mit dem Rope-Dart hier einfach so vonstatten ging? Ach, und das hätte ich nicht vorher einfach finden können. Hi. Äh. Ich bin nativ. Und er ist britisch. Er ist mein Vater. Yes. Ja, und der kann jetzt wegrennen, der alte Mann? Nö, kann er nicht. Was ist das für die Stimme? Alter! Äh. 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 Er friert sich zu Tode, weil er 50 Meter von seinem Camp entfernt war? Ja. 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 Ich hab's aber vor, mich da reinzusetzen. Es ist angenehmer. Da hätte er es echt nicht hingeschafft. Ganz klar nicht. Nö, tun sie nicht. Äh. 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 Da halten die zwei sich auch noch mal über irgendwas? Ähm. Warum soll ich denen jetzt noch mal folgen? Die laufen den, die fahren den Weg lang. Überall sind Gegner. Da vorne ist ein Dorf. Ich glaube, das hätte ich gefunden. Oder etwa nicht? Ähm. Und jetzt? Ähm. Na gut, wenigstens ist Rope Dart noch ausgewählt. Frage ist nur, wie kann ich, äh, den angreifen, ohne gesehen zu werden? Das geht doch gar nicht. Hä? Wo ist er jetzt hin? Wird ich wegteleportiert? Hä? Ja, was hat er denn geplant? Erzähl's doch auch. Okay, ähm. Wieso habe ich denn jetzt zu viel aufmerksam? Die haben das doch gar nicht mitgekriegt. Da stand sogar da. Zwei von drei umgebracht, ohne dass es irgendwer mitgekriegt hat. Das stand sogar da. Läuft er jetzt diesmal dahin, wo er hinlaufen soll? Oder? Nö, der chillt da einfach wieder. Und es dauert ja Ewigkeiten, bis es, äh. Na gut, bringe ich halt nochmal um. Okay, ähm. Ist nur hier überall. Der chillt da gemütlich. Okay, der hat's wahrscheinlich gesehen, ne? Wahrscheinlich war, äh... Äh, warum darf ich den nicht umbringen? Warum? Da stand eben drei von drei! Das haben die gar nicht sehen können! Okay. Boah! Regt mich das Spiel auf! Ich habe manchmal, manche Sequenzen bei diesem Spiel das Gefühl, ich... Ich spiele von irgendeinem drittklassigen Dümpelentwickler... Irgendeine Erstlingsproduktion. Klar, gut, so kann ich die Brawler-Challenge, äh... Nach und nach erfüllen, klar. Weil, äh, ich muss ja so häufig machen... So, kill campguards, without being detected. Das verstehe ich auch nicht, wie er den... Warum er den einfach niedertritt. Ja, ist sicher nicht verkehrt. Okay, gucken wir mal, ob wir hier jetzt weiter können. Darf ich den jetzt umbringen? Oder wird mir das auch wieder verboten? Ja, den dritten hätt ich halt gar nicht umbringen können. Hatham? Ach, der kennt den. Ja, hau ihn kaputt! Hau ihn zu Brei! Ich komm dir nicht zu Hilfe! Och nö, warum denn? Warum muss ich dem denn helfen? Gott, ist das nervig. Auf! Ja! Dann versuch doch auch mal selbst, äh, die, äh... Hier irgendwie anzugreifen, hä? Wie wär's mal? Okay... Langsam wird's echt ein bisschen lächerlich. Naja, gut, man, äh, recovert ja irgendwann dann wieder. Vor allem, ich hab dem das Ding voll in den Hals gerammt und es stört ihn nicht. Er macht einfach weiter. So, okay, den auch noch. Okay, der geht wieder nicht. Das ist wieder ein starker. Warum auch immer. Ja, jetzt muss ich halt immer wieder eine Zeit lang warten, bis ich wieder, äh... Aufgeladen bin wahrscheinlich, ja? Hast du auf, mich anzugreifen, während ich grad deinen Kollegen umbring? Okay, und mein, äh, Vater ist einfach abgehauen. Boah, den rette ich nicht nochmal. Auf jeden Fall rette ich den nicht nochmal. Das nächste Mal stirbt er. Und wenn ich dadurch eine Mission verliere, ich bring ihn das nächste Mal um. Also, tschüss, macht's gut, bis denne. Und wenn ich dadurch, wenn ich das nächste Mal um. Vielen Dank.